Das Hotel Santon liegt in Brünn, BRN in Südmeeren. Das Hotel Santon ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Acht Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur acht Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4 von 6 Sonnen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Zimmer Akzeptable 3,5 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.